Ich probiere jetzt mein Brautkleid an. Es ist fertig. Ich habe gestern einen Anruf bekommen. Er will mir noch einen Schleier aussuchen. Mal gucken. Und vielleicht noch ein kleines Accessoire für die Haare. Guckt euch mal bitte diese wunderschönen Kleider an. Das hatte ich sogar an. Genau dieses Kleid. Das ist mehr so ein Strand als zu dir. Juhu. Hi. Hallo. Ich weiß euch eigentlich, wird er direkt emotional. Das ist einfach so wunderschön. Jetzt in die Ankleidegabine. Ich probiere hier gerade noch nach. Schmuck für die Haare. Richtig schön. Das funkelt und glitzert alles so richtig toll. Das kommt dir gar nicht so rüber. Ich werde wahrscheinlich irgendwas Goldenes noch mitnehmen für die Haare. Und ich habe einmal einen Schleier mitgenommen. Und auch noch ein Accessoire für die Haare. Seid ihr bereit? Das zeige ich euch auf jeden Fall. Das wird dann in die Haare geschleppt. Ich will meine Haare ja wahrscheinlich halboffen tragen. Wenn wir schon nicht mein Kleid zeigen können, wollen wir deinen Anzug mal zeigen. Wow. Und dann wirst du unsere Ringe bringen, Misty. Ja. Mit diesen Ringkissen. Ja.